hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video ab heute öffnen wir jeden tag ein türchen vom silvester endspurt kalender und wir fangen gleich an mit türchen 24 was sich hier befindet und wollen das einmal öffnen und heute haben wir drin die dicken brummer von komet viel spaß bei der zündung so jetzt die dicken brummer von komet drei stück sind drin und wir schauen uns die man ganz schöne verarbeitung drei gramm neem recht viel für den brummer und wir wollen auch nicht lange labern und gleich anfangen zu zünden schöne teile auch noch eine ganz gute brenndauer und machen gleich noch ein und den dritten machen wir auch noch ja ganz nette teile die dicken brummer von komet ich wünsche euch schöne weihnachten und dann sehen wir uns spätestens morgen beim nächsten türchen ciao